Beatrice Egli begeistert seit über einem Jahrzehnt nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihren sexy Bühnenoutfits. Vor allem ihre Kurven sind ein Highlight bei den Auftritten der Schlagersängerin, doch das war nicht immer so. Zu Beginn ihrer Karriere hatte Beatrice Egli einige Probleme mit ihren Outfits, wie sie im RTL-Interview verrät. Meine Kleidergröße war am Anfang ein Problem, ich war nicht immer vorteilhaft angezogen. Der Schlagerstar hatte einige Schwierigkeiten, das Richtige zum Anziehen zu finden. Mittlerweile scheint sich Beatrice aber in der Modewelt zurechtgefunden zu haben und glänzt regelmäßig mit schönen Looks. Die Kurven der Schlagersängerin werden dabei immer sexy in Szene gesetzt. Sollte Beatrice irgendwann keine Lust mehr auf Schlager haben, könnte sie sich in der Modebranche ein Standbein aufbauen. Dem wäre die Sängerin nicht abgeneigt. Das ist etwas, das mir sehr gefällt, weil ich es selber auch nicht so leicht hatte, Mode zu finden. Ich kann sehr gut nachempfinden, wie es für Frauen ist, die ein bisschen Rundungen haben, so Beatrice.